Ja, hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer iPad, euer iPhone oder euren iPod Touch mit der Firmware 4.2.1 untethered jailbraken können. Das heißt, ihr könnt endlich euer iPhone oder iPod Touch ohne Computer neu starten. Um das Programm zum Downloaden müsst ihr auf greenpoison.com, Link ist auch in der Beschreibung. Könnt ihr für Mac oder Windows downloaden. Ich habe Mac und habe es auch schon gedownloadet. Und gehe da mal in das Programm rein. So sieht das aus. Das ist wie der Green Poison Jailbreak für die Firmware 4.1. Das ist genau dasselbe. Und was ihr als erstes machen müsst, ist euren iPod an den Computer anschließen. Und wenn er dann erkannt ist, müsst ihr den Schritten, die dir gezeigt werden, folgen. Und ihr seht auch nochmal bei mir. Und ja, wenn ihr fertig seid oder wenn ihr bereit seid, drückt ihr auf Jailbreak. Dann steht da Get Ready to Start. Habt ihr 5 Sekunden Zeit. Und dann Sleep Button, also den Power Button drücken. Dann 10 Sekunden Power und Home Taste drücken. Und dann den Power loslassen und nur noch den Home Button drücken. Dann fängt Green Poison an die Daten rüber zu laden. Ihr müsstet ein weißes Bildschirm bekommen. Dann könnt ihr die Home Taste loslassen. Und jetzt zeichnet euch das Ganze aus der Nähe. Und dann könnt ihr die Home Taste loslassen. und dann habt ihr euch das Ganze aus. Ich proxy an diese Boden weiterentwenden. Und dann könnt ihr Pharise euren drauflegen. Und dann könnt ihr diese Home Sicht auf schnaaclesatze sein. Und dann Luis,ictions gerademegere版 Und das coolste, wie ihr gerade gesehen habt, hat sich das Apple-Logo gedreht. Das ist ein animiertes Boot-Logo. Wenn ihr bereits über RedSnow ein Taddle-Jailwork auf eurem iPhone oder iPod Touch habt, dann könnt ihr einfach das Programm ausführen und dann seht ihr zwar das Loader-App, wie ich hier auch gleich am iPod sehe und dann müsst ihr das einfach so löschen, dann habt ihr einen Anteil der Jailwork. Dann müsst ihr auf der nächsten dreien Stelle das Loader-App haben. Öffnet ihr einfach und wählt City aus. Und dann installs Video und dann habt ihr euer Gerät gejailbreakt. Und was ich vorhin erwähnt habe für bereits gejailbreakte Geräte, ihr müsst euer Gerät nicht wiederherstellen, wenn ihr einen Taddle-Jailwork von RedSnow habt, sondern ihr müsst einfach das Programm Green Poison ausführen, wie ich euch gezeigt habe und dann in das Loader-App reingehen und dann auf Options und dann Remove Loader-App. Und dann habt ihr einen Anteil-Jailbreak für euer Gerät. Ja, das sollte auch schon wieder gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, das hat alles funktioniert. Und wenn es euch gefallen hat, klickt doch da oben auf Abonnieren. Unten könnt ihr kommentieren und bewerten. Und ja, bis zum nächsten Mal Leute. Ciao!